Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein neues Spiel entdeckt im Xbox Game Pass und zwar RoboQuest. Das ist ein Shooter in Cell Shading Look. Hat noch witzig ausgesehen so im Video und ich habe gedacht ich sauge mir das Ding einfach mal runter und starte es. Und ich würde sagen let's go. Piep piep. Ah. Einfach ein Roboter gefunden Mann. Ja ist ja schön dass sie gerade die Batterie dabei gehabt hat. Also nicht viel. Nice to see you finally awake Guardian. Let me fix that up for you okay. Ich muss den Watch fixen. Uiuiuiui. So schnell. Settings, Kontrollen. Ja, das ist gut. Ja, besser. Ich bin echt schnell. Things are starting to get serious now. This bot is dangerous. We have to knock him down. Mit V. Oder draufkumpen. Alright. Bitch. Okay, I upgraded your crosshair function. You now have several display settings at your disposal. You rock Metal Hat. You know I gotta explore the area. But with these dincans around I could use your health. Alright. Und wir haben eine Minimap. Und irgendeine Zeitlauf. Ähm, ja. Let's go. Uh, Double Jump. Uh. Da funktioniert der Mann nicht wie bei High on Live. Sprint und Double Jump. Oh. Oh. Ja, das könnte man Bock machen. Das könnte man Bock machen. Das könnte man Bock machen. Das Movement ist super, super nice, man. Geil. he'll end yeah yeah taking down an enemy drops healing cells which quickly disappear heh taking down a robot grants your experience when your experience bar is full you level up increasing your power and health okay okay ja muss ich noch bitte nicht schnell bitte nicht schnell bitte nicht schnell bitte nicht schnell so ist so ist gut so ist okay eine leuchtende wand so eine push zu ist sowieso ist es okay ja dann oh crafter okay okay ja die bärne man was bist du ui aha okay okay das geht nicht ja 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 easy okay next ist irgendwie einfach so klein soll ich sagen direkt die ganze seite oben also schreibt schreibt ja approach the ev station okay okay ja das ist die abwelt so wie es aussieht und da gibt es noch andere nice okay haben wir da upgrade base camp da könnte man irgendwelche sache freischalten haben wir aber da natürlich noch nichts oder multiplayer hätten wir da ist noch nichts wenn wir da hinten auch nichts machen ja praktisch das movement ist hübsch wirklich hübsch müssen wir nur noch raus finden wo wir ah dort starten standard ja ja passt start game nice mach Bock movement ist cool funky funky fresh fliegender bus auch immer gut all right buddy this is my first time exploring there and with those nasty bots around i'm glad you're with me of course of course und du hast im ernst jetzt eine fucking flammenwärter hehehe die bleibt cool sieht wirklich komisch aus man hat ja Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Überall die Ura-Rutschbahnen, Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, okay. Oh, dash. Ja, ja, ja. Yo. Easy. Da ist wieder eine komische blaue Tür. Was haben wir das mal? Wieder ein Chest. Zwei Chests, besser gesagt. New Perk. Ähm. Heile, heile. Ist glaube ich nicht so schlecht. Ui. Ja, eh, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Oh. Okay. Okay. I've analyzed those locked doors, and it seems like we need some sort of keys to open them. Ja, ja. Ja, ja. Wie kommst du überhaupt da hin? Scheisshaufen. Wird schon dumper. Das ist ein dumper. Das sieht aus wie ein Granatenberg. Ein Büchse. Geil. Was bist du? Ja, ich gebe einen, Mann. Nice. Was bist du? Operate Weapon. Was haben wir da? Wenn wir da... Power Cells. Da hat er. Okay. Da geht es wahrscheinlich weiter. Da ist er oben. Nix. Gut. Ähm, ja. Let's go. Es istөdballer. Gle depends. Guys. Man. Gle ist es bisschen. Dann geht's doch noch. DOh, das geht weiter. yeah man magic moves magic fucking moves so wie im schon gemeister rittmann und jetzt f*** da wahrscheinlich irgendeine schon aber fast ein schneller schiessen habe ich gerade gemerkt nice Nice, mach doch das Bock, Mann. Mann, Mann, Mann. Das ist der Post oder das, oder? Oh Hier Brudi Ah so schlecht Ah dieser Lapp noch dorthin Scheisshaufen Weiss, irgendetwas schießt aber immer noch nicht Yeah aber geil Da gleich umstumpt man What the fuck Ich muss da irgendetwas einsammeln Jetzt tausende von diesen Uren Oben ist doch etwas, was wartet zu machen Wollen wir da nicht raus Yeah Hm Tatsächlich nichts da oben Okay Okay Ist doch geil, dass du überall oben durch hast Travel to Oasis Ah das sind so einzelne Level Einfach Level Okay 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 Finde ich jetzt gar nicht einmal so schlecht Muss ich also jetzt gerade einmal so sagen Okay Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go No 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 Water No 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 Und die Branche, ey! Stuhl, dass du da bist! Hey! Wir haben den Weaver verloren, jetzt schon da. Ich finde es ein geileres Klack-Krack-Bang-Bang-Ratata steht und Pau-Pau und so. Super. Yo, aber... Die Energie wäre noch geil so. Das ist eine dumme Idee, um einen Crossboot zu nehmen. So, man, dann kann ich über... Ach du Scheiße, man. Ich hätte auch einen Ding zu nehmen, niemals. Das ist ein Roguelike, ja? Und jetzt? Dann gehen wir wieder bei 0, oder? Ja, tatsächlich. Du bist wieder da, alles ist wieder gleich. Dann schauen wir mal, was da passiert, wenn man jetzt einfach nur mal startet. Aber, äh... Geil! Tatsächlich, man, ischalt. Weapons! Check systems! Check! Okay, du bist bereit, buddy! Ja! Immer etwas gut, man. Der Bubble Splasher. Ach du Scheiße, man. Ja! Okay! Hey! Das ist ja, was ist das? Wollt ihr denn? Ja! Was ist das? Ja! 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 EZE 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 Er Ja man, warum gibt der ganze Misch? Was ist wirklich, he? Mach euch Blatt, man! Hör mit dem Ohr! Wow! Ist das eigentlich mit deinen Perks aufsicht? Vielleicht auch mal anschauen, ne? Ah! Ähm... Naja, nimm mal irgendetwas da, was ist das? Cryo-Bubble, Safety-Bubble, Shop-Bubble... Alter, Mann! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Tschüss! Nein, jetzt habe ich eine scheiss Knarre weggefriert da auf die Branche. Yeah, noch eine Zelle. Garbetsch. Boom. Achtung. So, sehr gut. Kaboom. Wow. Ja. 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 Scheisshaufen, Mann. Geflüchtet. Einfach geflüchtet, Mann. Ja. 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 Wieder einmal etwas etwas zügigeres. Gebe Energie. so also das war's von mir gebe den taumen gebe das abo drücken irgendetwas wo ich spass macht bis zum nächsten mal